So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier bei Black Clover Quartet Nights, wo wir ja im letzten Part die Geschichte aus der Sicht von Yami Sukihiro begonnen haben. Wir haben ja sowieso erfahren, zum Abschluss der Geschichte hin, also sagen wir einfach mal zum Abschluss der Hauptgeschichte hin, haben wir erfahren, Yami war, er sagt, die ganze Zeit ja in der Gegenwart gewesen, nur sein jüngeres Ich von vor 14 Jahren, war, er sagt, zusammen mit der besessenen Kana, ja, in die Gegenwart gereist. Und nun in diesem Part wird dann auch Yami das wahre, äh, nicht das wahre Ziel, sondern das Ziel von Lord Freese erfahren. Und da er sich hier in einem Dungeon befindet, wird wohl jetzt auch langsam, aber sicher wohl mal erklärt werden, weshalb er und das kalte Auge der weißen Nacht eigentlich zusammenarbeiteten. Und vor allem ja auch, weshalb sie die, weshalb sie es auf ein paar Dungeons abgesehen hatten. Also, legen wir los, Yamis Episode 4, Lord Freeses Ziel. Wir nähern uns so langsam, aber sicher, dem Ende der Yami-Geschichte. Tja, Höhlen-Dungeon. Tja, Höhlen-Dungeon. Tja, Höhlen-Dun-69. Tja, dann kämpfen wir halt noch einmal mit Dunkelheitsmagie mit Katana und natürlich an der Seite der besessenen Kana. Oh, das wird ja jetzt ja auch mal wieder das reinste Gemetzel werden. Aber was bin ich eigentlich auch froh, dass ich beschlossen habe, ja kein Online-Part von diesem Spiel zu bringen, weil dafür ist mir das Ganze mit der Kameraführung und so weiter und so fort ein bisschen zu nerven. Und was ist jetzt die Mission? Achso, wir müssen einfach bloß magische Truppen besiegen. Und wo sind die? Warte mal, wir haben noch nicht die erste magische Truppe erledigt. Magische Truppen, magische Truppen. Okay, die erste magische Truppe haben wir endlich mal erledigt. Und wo befindet sich denn jetzt die nächste Truppe? Okay, wir haben weitere Ziele jetzt entdeckt. Warte mal, wir haben den zweiten... ...zweiten Rittertruppen? Herr Ledet? Ich bin sehr schwer. Ich bin schon mal nachher. Ich bin sehr schwer. Ich bin sehr bitter, ich bin voll. Ich bin sehr bereit, dass ich mich für die Truppe erledigen. Ich bin sehr bereit, dass ich mich für die Truppe erledigen. Okay, Truppe Nummer 4 haben wir auch aus dem Weg geräumt. Jetzt fehlt der Sack nur noch eine. Ernsthaft? Menschenskinders. Kameraführung wie immer nervig. Aber alle magischen Truppen wurden jetzt besiegt. Femm,片付いた na. この seige, dass du siehst du dann, dass du dich verletzt hast. Du bist so großartig, wenn du dich so großartig bist, wenn du dich so großartig bist. Soll ich das? Das ist das, die Manna zu schützen. Soll es, jetzt geht's das. Wunderschöne Sache, dass du dich verletzt hast. Ach so. Erklärt eigentlich bisher wirklich immer noch nicht so ganz, weshalb. Okay, jetzt sind wir jetzt gleich im Eisgebiet. Aber trotzdem, das Ganze erklärt sich noch nicht so ganz, wie das kalte Auge der weißen Nacht in der ganzen Sache mit verstrickt ist. Wird es sich jetzt, er sagt, erklärend in Episode 5 ein seltsamer Begleiter? Wir sind ja fast jetzt schon beim Ende der Hauptstory angelangt. Das war's. Was ist das? Was ist das? Warum sind wir? Das ist, dass sie sich zurückkontaktieren? Sie sind die Wahrheit und sich nicht zurückkontaktieren. Sie sind die Wahrheit und sich die Wahrheit zu retten. Nein, sie sind nicht so sehr, dass sie sich nicht mehr so gut. Sie sind nicht so gut. Wenn man sich die Leute mit dem Team etwas tun, dann wird der Vangentur verletzt sein. Ach, was soll's. Ein paar Knochenbrüche hat noch niemandem geschadet. Und als magischer Ritter muss man sowieso auch einiges aushalten können. Also los! Lasst uns nochmal zu langen. Und zuhauen. Kampfbeginn. Mal wieder Juno und Klaus. Sie werden vom Wuurr Liebe Jägen Ich bin der Arbeit. Aber... Ich bin bereit, Skash-kun. Ich bin bereit, Hiru. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich werde die Geist-Mahe nutzen. Ach, Menschenskinn, das ist das mehrfähig. Menschenskinn, das ist das. Du bist sehr sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Schlaufe von der Wege auswählen kann. Es ist ein sehr glückliches Ding. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Schlaufe von der Wege auswählen kann. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Also ernsthaft, wie ihr empfinde das jetzt? Hallo! Mann, ich empfinde das wirklich als ziemlich nervig jetzt! Wie schon gesagt, keinerlei Anvisierung! Ich würde ja sagen, zu gerne die Mission jetzt ganz von vorne wieder beginnen! Also ernsthaft, ich würde die Mission jetzt zu gerne wieder von vorne beginnen! Ich würde wirklich zu gerne die ganze Mission wieder von vorne beginnen! Oh, weil das ist ja, er sagt, nur noch nervig! Das ist ja auch nicht gut. wie schon gesagt ich empfinde das ganze jetzt einfach nur als nervig und wo zum Henker sind meine Gegner jetzt angeblieben und wo ist jetzt Juno oder Klaus okay Juno haben das schon mal erledigt oh es ist es ist es ist es ist es ist Ich bin ein Schicksal! Hahahaha! Ich bin ein Schicksal! Noch ein Schicksal! Das ist doch nicht so. Na bitte, endlich erledigt! Das war mit Abstand jetzt die schlechteste Mission, die ich bis jetzt hatte. Die Schicksal! Ich bin ein Schicksal! Hahahaha! Was ist das? Hm, diese zwei haben wir gewidt. Was ist das? Hahahaha! Klaus, Yuno! Wir haben noch einen Schicksal zu bekommen. Das ist nicht wichtig. Hahahaha! Hahahaha! Hey! Ich will nicht zu zerstören! Ich werde das, wenn Sie diesen Job machen können. Ich will. Es kann? Ich will. Ich will. Okay! Es ist gut. Eine kleine Frau ist ein Mann, welches. Was? Es war ein Wunder, nicht so. Wunderschön. Das war nicht so schlimm, aber ich weiß nicht, was ich auch noch nicht. Ahn... Du bist der Mannschaft? Warum sind wir alle zusammen? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich diese Frau von Hürius weiß. Der Mannschaft? Ja, aber ich weiß nicht, dass wir Klaus und Yuno... Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, jetzt kommt aus das kalte Auge der Weißen Nacht ins Spiel. Jetzt gibt es für mein besten Willen kein Augenblick zum Zögern. Wenn wir gegen Pharah, die Hassende und Veto der Verzweiflung antreten müssen... Ach, das wird sowas von nervig. Oh, Tame. Was ist denn das? Ich habe die beiden unter anderem der Manor-Fu-Innen-Sauktion verbreitet. Ich habe das nicht gesehen, dass ich die Vorhaben nicht gesehen habe. Sie sind als Geist, der Geist, der Geist, der Geist? Sie sind hier. Geist, der Geist, der Geist, der Geist, ist nicht hier. Ich werde hier nachdenken, mit dem Geist und dem Geist. Dreckig. Die Schleppenskampel. Die Schleppenskampel. Ja, und so muss ich jetzt mal wieder ran. Ist ja mal wieder typisch. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, in diesem Part würde ich die Yami-Storyline eigentlich abschließen. Aber nein! Jetzt kommt sowas noch hinzu. Naja, solange wir jetzt nicht nochmal gegen Juno und Klaus antreten müssen, ist ja alles gut. Mal sehen, wer ist nerviger? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, das ist der Punkt, und das ist der Punkt. Der Punkt ist der Punkt. Das ist der Punkt. Okay, Fana hätten wir schon mal wirklich besiegt. Das ist der Punkt. Der Punkt ist der Punkt. Der Punkt ist nicht zufrieden. Wir werden uns nicht zufrieden, sondern wir werden uns nicht zufrieden. Fün これは何の騒ぎかな フレーゼ教 私の連れと お主の友人の反りが合わんらしい そうか 私の友が失礼した それにしても 黒の暴牛団長 君がフレーゼ教の連れとは 何とも面白いことになっているね てめえの髪型ほど面白くねえよ フレーゼ教 間もなく日暮れだ 我々は動く うん 私もここの封印装置を破壊したら お主らを追う どうしよう 頼んだよ 行こうか ベッド ファナ さて 最後の仕込みだ 待て ほう カルナを殺す覚悟ができたのか てめえを止めるなら もう今しかねえ 私が何をしようとしているのか 分かるのか 今夜 連中がオートを攻撃する てめえはその混乱の中 がオートに侵入し 怪奇月食で姿を表す赤い月の魔力と 暴走したゴーマ地帯の魔力を合わせて オートを破壊するつもりだ 見てきたように言うのだな 見てきたさ 時は来た また また 俺はまた助けられねえのか どうした やらんのか どうして この どうして止めてくれないんですか 約束してくれたじゃないですか なのに どうして せっかくの機会を無駄にしたの ふん しま うっ 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 くっ ん うっ 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 うっ